Du sprichst englisch? Ja Ole, schick da mein Freund! Der f***? Hehehehe Hehehe Was geht denn? Stein, bitte! Jo Leute, was geht denn? Herzlich willkommen zu einem wunderbaren Video mit der Weißhaut der Liebe Alphastein! 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 Danke, das reicht! Danke, dass du da bist! Danke, dass du auch hier bist! Danke, dass du auch hier bist! Ja, Standard-Skill, dann würde ich sagen, mach dich doch mal ready und wir starten direkt wieder eine Team-Runde, denn Alphastein hat heute eine Mission, die er mir nicht sagen möchte. Gibt mir Geld! Ganz genau, darum geht es scheinbar heute. Für ein Skin! Ein Skin? Ne, da kann ich dir leider nicht helfen. Guck mich doch mal an! Guck mich mal an! Hässlich! Oh, das tat aber jetzt ein bisschen weh. So Stein, wenn ihr mir jetzt vielleicht ganz kurz erklären könntest, warum wir unbedingt ein Viererteam spielen müssen. Hallo! Nein, nein, nein. Hallo? Nein! Hallo? Killer-Lady! Stein, 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 Stein. Tu mir bitte einen Gefallen. Fang jetzt nicht sofort wieder an, die Leute hier zu belästigen, sonst... Ich will aber... Ja, ich will das aber nicht und es ist meine Aufnahme und wenn du... Ich bin Revenzeit und wenn es so weitergeht, bin ich ganz schnell weg, mein Freund. Da kann ich... Schnell als du drei sagen kannst. Ich würde sagen, Alph, wir versuchen jetzt einfach mal das Beste da rauszuholen. Guck mal, da vorne steht die liebe Killer-Lady-10, Alter. Hallo, Guys! Hallo! 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 Das war eine neue Runde! Ja? Willst du mit denen nicht spielen, oder was? Hallo, hallo! Ja, komm, wir versuchen das jetzt hier einmal. Ey! Das war meine Waffe! Oh Mann, der Arme, Alter. Wir gehen jetzt gleich rüber zu den Gegnern, pushen die und holen uns hier einen richtig fetten, geilen Win, okay? Hallo, was ist los mit dir? Wie, was ist los mit mir? Du bist unmotiviert! Ich bin nicht unmotiviert, ich will gewinnen mit dir, Alter! Ja, ja. Du musst dich erstmal warm spielen, Junge. Komm, auf geht's! Auf geht's! Hör bitte auf, dich zu beleidigen, okay? Das muss wirklich nicht sein. Ne, also ein Opfer... Ich bin dein Trainer, komm jetzt! Du bist nicht mein Trainer, du bist sicherlich nicht mein Trainer in Fortnite. Wenn das die Intention dieser Aufnahme ist... Ich lauf dir nicht hinterher, du laufst mir hinterher! Nein! Ich bin der Chef! Du bist nicht der Chef! Da warst du! Ach Mann, was ist denn jetzt schon wieder... Möchtest du mir vielleicht trotzdem ganz kurz erklären, warum wir in der Teamrunde sind? Wieso, wenn wir dich einfach du spielen? Zu viert ist man besser! Zu viert ist man nicht besser! Guck dir das doch an, die Leute sind saulangweilig! Außerdem reden die nicht mal im Voice Chat! Wenn du gleich wieder anfängst, im Voice Chat irgendwelche Leute zu belästigen, ich hab damit nichts zu tun, ist das klar? Hä? Ja, du weißt ganz genau, worüber ich rede! Okay! Ja, da vorne sind übrigens... Alperstein, da vorne sind Gegner! Bitte, komm! Oh, das tut weh, Alter! Der arme Mann! Der arme Mann! Was?! Oh! Nice! Danke, Stein! Hol mich jetzt hoch verdammt nochmal! Stein! Mann, Junge! Zieh mich nach oben, Alter! In der Zeit hätte ich schon längst wieder gelebt! Ich will einfach sterben, ich will sterben, ich krieg ich raus, ich will nicht mehr weiter mit dir spielen! Ich will sterben, lass mich bitte sterben, lass mich bitte sterben! Mann! Zieh mich hoch, ich hab 10 AP, ich hab 10 AP! Die Zone kommt, Alperstein! Egal! Sie ist direkt hinter dir! Ich laufe einfach weiter in der Hoffnung, dass mich irgendwer umbringt! Ja! Ach, nur so, weil die Aufnahmen mit dir so unglaublich spaßig sind, dass man das tatsächlich am liebsten gar nicht schnell hinter sich bringen würde! Hey, danke! Du bist jetzt! Ja! Boah! Keine Ahnung, von irgendwo gesniped worden! Komm! Warte! Hab einen genockt! Hab einen! Oh, nice! Sehr gut! Ich zieh! Ja! Sehr gut! Ganz toll. Ja, unser Maid wurde genockt. Der ist down. Zwei Leute unter uns. Rechts von uns auch noch. Rechts von uns. Hinter uns kommt nichts mehr. Hier baut sich jemand hoch zu einem Stein. Und der ist ziemlich wütend. Er ist down. Kannst du ihn finishen? Unter mir. Mann, dieses fucking C4, Alter. Es ist so dermaßen überpowered. Ich habe keinen Bock mehr auf dieses Game. Ganz unten. Wenn du mich jetzt hier hochziehst. Wenn du dich beeilst und hier runterkommst. Oben am Werk, oben am Werk. Schaffst du, Alperstein? Hast du? Hinter dir, Alperstein. Nein. So, damit sind wir warm gespielt. Und jetzt würde ich sagen, kannst du mir den eigentlichen Zweck dieser Aufnahme verraten? Warum möchtest du unbedingt... Hello there. Hello. You speak English only? No, no, no. Spanish? Spanish. Si, yes. Hablu un poco. This is my... This is... Sorry, this is my cousin. I love you. I love you. I love you. Wait. Ciudad Comercio? Hablu un poco de Español. Si, claro. Perfetto. Spanish? Perfetto. Un poco. Muy bien. Very good. Very good. Thank you, thank you, thank you. Ich ba... Alperstein. Mann. Quien es? Quien es tu amigo? Como es das? Hola chica. Hola. No, no, soy un chico. Soy un chico. Hola chica. Mann. Are you a woman? Robert, Robert. Si, come on. Si, si, muy bien. Muy bien. Como es das? Ok, ok. Du de Parkes, wie sweet. Escúchame, Judy, ahora no me de monstros en la misma casa, ¿vale? Como es das? So, chato. Hallo, rede mit mir. No, no, la verdad que no. Pero bueno, si, 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 si. No, no. Oh, se están atacando, eh. Yay! Help, guys. Oh my God. It's a mass murder. No, 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 no. He muerto. Hola chica. Help, chica. Ah, ah. Ja, das hat ja toll funktioniert, Alperstein. Könntest du mir jetzt vielleicht trotzdem erklären, warum wir die einfach du spielen? Ich suche Freude. Ja, dann such sie dir irgendwo auf Facebook oder weiß ich was. Hey, Portland ist das Schlimmste überhaupt, weil die Community nur aus elfjährigen Spacken besteht. Da warst du. Hallo. Hallo. Do you speak English? No. Where are you from? Habla espanol. Hablas espanol. Como es das? Hola chica. Que es que se? Hey, äh. Hola chica. Stein, schau mal. Ich glaube, es wäre wirklich sinnvoller für dich, wenn du dir vielleicht ein... Nicht ganz so internationale Community suchst, wie hier bei Portland. Ich meine... Ja, wie fehlt mir der Deutsche? Deine Versuche allen ehren, aber Stein, ich glaube nicht, dass das... Sag mir, wo Deutsche sind. War aber schon. Geh raus. Hör auf. Geh raus. Hör mal auf jetzt, Mann! Ich will hier jeden umbringen, Stein. Ich will hier alle umbringen. Lol. Was da passiert? Stein, ich habe alle umgebracht. Stein. Ich habe wirklich alle hier umgebracht, Stein. Es sind alle zu... Stein, ich habe alle umgebracht. Soll ich mich jetzt umbringen, Stein? Stein, ich mache das jetzt nur für dich, ne? Ich bring mich jetzt für dich um. Ich kann das noch gewinnen, nur dass du das weißt, ne? Aber ich mache das jetzt für dich, doch. Gut, ich bin auf dem Baum gelandet. Wir versuchen das jetzt noch mal. Hallo. Hallo. What language do you speak? Do you speak English? Papa, is this? Do you speak English? Yeah. Oh, let's shoot her, my friend. Stop it. Oh, let's get up. Stein, bitte. How are you, my friend? You're funny. Where are you from? Greece. Greece. Ah, I don't think. Do you know Shabini? Hallo, rede mit mir. Sag nicht, rede. Yeah. I want to be your friend. Hallo. Hallo. Ich weiß nicht, ob das wirklich der Beste... Das hat einfach keinen... What the fuck are you? What the fuck are you? Yeah, 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 yeah. Wie viele Menschen wohnen in deinem Haus, Junge? Wie viele Leute wohnen da? 200 oder was? Die sollen leise sein, ich will Fortnite spielen. Oh. Einer von denen down. Eh, nein, 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 nein. Beide down. Shut the f*** up in the background, please. Stop talking. No. Drei kills dich und malakas. Das habe ich sogar verstanden. Ich habe gesagt, er hat gesagt, tres kills dich malakas. Das heißt, drei kills hat das Arschloch schon. I'm not a malaka. You are a malaka. Huh? Malaka. Malaka. You are malaka. What the f***? Ich werde von griechischen Kindern im Internet beleidigt, nur um dir dabei zu helfen. Malaka. You are malaka. Nein, ach du Idiot, Stein. Warum ist mein Leben so eine Tortur? Stein, bitte. Können wir bitte normal spielen, bitte? Ah, hey me. Stein, ich werde wegen dir von siebenjährigen hier im Internet beleidigt. Ich bin auf deiner Seite malakas, okay? Das ist krasse. Das ist krasse und jetzt gib mir deine Nummer. Ich sag gar nicht so. Nein. Stein, kannst du mir erklären, wie diese Kinder Fortnite spielen können, während die ganze Familie... Keine Ahnung. Hier enthiltert es den Gegner von mir. Hat zwei gute Hits von mir bekommen. Baby. Keine Sorge, Stein, ich hab dich. Kein anderer Typ war hier gerade noch irgendwo in der Stadt, da hinten. Glauben am Berg. Oh mein Gott, der Hit, Alter. Oh mein Gott, Alter. Mit der letzten Kugel. Stein, bleibst du bitte bei mir. Bin tot. Soll ich rausgehen jetzt wieder? Erwartest du das jetzt schon wieder von mir, dass ich einfach die Runde verlasse, weil du gestorben bist. Kann ich nicht einmal bitte eine Runde zu Ende spielen? Nein. Warum nicht? Ach jetzt. Warum darf ich denn nicht weiterspielen, verdammt nochmal? Okay, Stein. Bist du gerade noch am Zugucken? Nein. Ja, da bin ich von oben gesnipet worden. Hallo. Do you speak English? Yes. Okay, where are you from? I am from your mother's city. You are from my mother's city. Albania, Albania. Albania. Do you know? Yes, I know this, I know this. You speak German? No. Why? Because it's shit. It's shit. German is shit. Stein, ich würde jetzt gerne einfach damit aufhören. Ich will das nicht mehr, Stein. Ich möchte nicht mehr dabei helfen, dir Freunde zu suchen. Ich kann keine einzige Runde zu Ende spielen. Es ist für mich extrem belastend. Und deshalb habe ich jetzt die Entscheidung beschlossen, dieses Video hier zu enden, Stein. Hallo. Ich möchte mich nicht von verschiedensten elfjährigen Kindern aus verschiedensten Nationen als Schacktaufen, Abschluck oder sonstiges Dinge beleidigen lassen. Ich bin auf meiner Seite, die verstehen mich. Ich habe denen nichts getan. Ich gehe hier hin und suche mit dir Freunde im Internet in Fortnite. Das macht gar keinen Sinn. Gut, Leute. Schaut gerne bei AlphaStand vorbei. Das war es von diesem wunderschönen Video. Ich gehe jetzt draußen mich irgendwo verbuddeln und hoffen, dass ich nie wieder aufstehe. Lass den Daumen nach oben da. Auf Wiedersehen. Dankeschön. Tschüss. 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 Tschüss.